In diesem Tutorial erklären wir, wie die Image-API von IIIF funktioniert. Auf ihr beruht eine der wichtigsten Funktionsweisen von IIIF. Mit der Image-API kann man Bilder unabhängig von der Kultureinrichtung, bei der sie gespeichert sind, aufrufen und bearbeiten. Sie gehört zusammen mit der Presentation-API, zu der wir in einem späteren Video kommen, zu den zentralen Programmierschnittstellen von IIIF. Früher, als noch statische HTML-Seiten üblich waren, war ein Bild auf einem Webserver gespeichert. Bilder in hoher Auflösung wurden in kleineren Varianten vorgehalten, damit der Datentransfer zwischen dem Webserver und dem Browser nicht zu lange dauerte. Dafür musste für jede Version eines Bildes eine eigene Datei mit eigener URL erstellt und verlinkt werden. Mit IIIF ist das anders. IIIF arbeitet mit speziellen Image-Servern, die nur eine einzige Version eines Bildes benötigen. Dabei wird das Format so abgerufen, wie es gebraucht wird. Der Browser teilt dem Bildserver mit, in welcher Größe und Format er das Bild haben möchte. Der Server rechnet dieses on-the-fly in die gewünschte Ansicht um. Wie bei anderen REST-Schnittstellen werden auch im Falle der Image-API die Parameter des HTTP-Requests in die URL kodiert. Die URL folgt dabei einem festen Schema. Da ist zunächst das Kommunikationsprotokoll HTTPS. Dann die Serveradresse, bei der das Bild gespeichert ist. Nach dem Slash ein frei wählbares Prefix und schließlich der Identifier für das Bild, das abgerufen werden soll. Daran schließen sich Bildparameter wie Größe oder Bildausschnitt an. Die Bildparameter sind in ihrer Abfolge fest definiert und werden jeweils durch einen Slash getrennt. Wenn wir die Bildparameter in der URL verändern, können wir die Ausgabe eines Bildes nach unseren Wünschen anpassen. Im ersten Parameter wird angegeben, ob das gesamte Bild mit Full angezeigt werden soll oder nur ein Bildausschnitt gewünscht ist. Im letzteren Fall werden die Bildkoordinaten in Pixelwerten eingegeben. Der nächste Parameter definiert die Bildgröße. Das Bild kann damit in beliebiger Auflösung abgerufen werden, zum Beispiel mit 300 mal 300 Pixeln. Mit dem Parameter Rotation kann das Bild um einen beliebigen Winkel gedreht werden. Unter Quality kann eingegeben werden, ob das Bild in Farbe, Graustufen oder binarisiert gebraucht wird. Zu guter Letzt kann man Bilder auch in anderen Formaten als JPEG anfordern, beispielsweise als TIFF oder PNG. Nun kommt es eher selten vor, dass wir einzelne Bilder direkt im Browser abfragen. Viel komfortabler geht dies mit einem Viewer. Verschiedene Organisationen haben Viewer entwickelt, die als Open Source frei verfügbar sind. Dazu gehören auch Universal Viewer und Mirador. Viewer erzeugen im Hintergrund die Abfragen automatisch, die wir sonst manuell eingeben müssten. Wenn wir beispielsweise in ein Bild hineinzoomen, wird laufend der Bildausschnitt im dazugehörigen Bildparameter in der URL angepasst und vom Server angefordert. Man kann live beobachten, wie diese vielen Bildausschnitte mit dem Namen Default JPEG dem Browser erreichen. Jeder Bildausschnitt ist jeweils nur 100 bis 200 KB groß und kommt wegen seiner geringen Größe innert weniger Millisekunden an. Die laufende und kleinschrittige Abfrage ermöglicht dabei das Zoomen und Verschieben eines Bildausschnittes, ohne dass man eine Verzögerung wahrnimmt, selbst wenn das Bild sehr groß sein sollte. Selbstverständlich gab es schon vor IIIF dynamische Bildserver. Allerdings waren Bildserver und Client proprietär. Das heißt, man konnte Bilder nur dann nutzen, wenn Bildserver und dazugehöriger Viewer miteinander kompatibel waren. Dank der Image-API von IIIF werden solche Datensilos nun geöffnet. Das ist in erster Linie für Nutzerinnen und Nutzer aus Bildung und Forschung interessant. Aber auch für die Entwicklergemeinde bietet IIIF einen großen Vorteil. Ein neu entwickeltes Tool kann für sämtliche IIIF-Datenquellen genutzt werden. Bislang stehen bereits über eine Milliarde Bilder von tausenden Kultureinrichtungen zur Verfügung.